Hallo und herzlich willkommen bei DameXKiKuki jetzt mit einem Duell ewig entfalle gegen Froschmonarchen Die Decks sind schon gemischt und wir heben noch gegen den Knüppel man Und wer fängt an? Hast du die Duffel dabei? Ne Du fängst an Ist ja nicht so gut So Ich bin ja nicht so oft gegen das Deck Aber Vielleicht bin ich ja nicht Zerbe Schuhe? Ja Normale Schuhe? Ja Drei verdeckt? Ja Du bist Ich bin Ja Wieso hast du nichts gemacht? Du bist Ich spiele NSD auf dein Verdeckter Ich bin schon Ich bin meine Endface Ja Kann ich die nicht mehr aktivieren Okay du bist Sean Goblinbrook Mh 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 Kaste Angriffe mit Graffer Mh Angriff mit Kaste Erfekt Drei ist ein sieben ne? Ja Du bist Sturmkraft. Auf. Ich guck grad einen auf den Max. Ne, dann nehm ich das. Okay. Geise. Chain. Bringt das was? Nein, ich mach's auf jeden Fall. Bringts. Und auf. Aber die Chain wirkt nächsten Zugriff irgendwie, oder? Ja, nächsten Zugriff, ja. Angriff. Du bist. Treffer. Angriff. Du bist. Zumut. Angriff. Kannst du nicht. Angriff. Ja. Du bist. Achst du. Achst du. Noch mal. Du bist. Okay. Direkt. Ja. Toast. Sieht ja nicht so gut für dich aus, ne? Nein. Du hast 4,8 verloren? Aha. Du musst. Fekt. Angriff? Direkt, direkt. Bist du tot? Warte. 4,8, 3,4. Auf welchen? Auf den in der Angriff? Ja, der andere. Dann hast du noch. Dann hast du 1,000 verloren. 5,8, 3,2. 3,2, oder? Er hatte 1,000. Dann hattest 4,8 verloren. 5,8. 2,3. Ah ja, ich kann nicht rechnen. Du wirst. Umfroß. 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 Was ist das? Das ist das? Direkt? Tot? Ja. Gewonnen gegen dich? Als ich Vanities draußen hatte, kannst du es nicht nur machen. Mit dem einen hätte ich ja noch zerreißen können. Hättest du was machen können? Hätte ich keinen Vanities gehabt? Nee. ich hätte am anfang vielleicht irgendwie besser xy machen können machen wir best ich habe nichts aufs deck gelegt habe Sammelmunk, ja. Perfekt. Einen Apfel. Schaut es mich, cool aus im Ultra. Nochmal Effekt? Mhm. Der Misty brauchst du aber gegen mich, ne? Ne. Amagerd-Nutzer, Effekt Amagerd-Nutzer. Ist die Janische? Mhm. Einverdeckt. Bänische. Herz mit, bitte. Hast du den Penner grad auf der Hand? Hätte ich ihn nicht auf der Hand gehabt, hätte ich ihn mit Sammelmunk geholt. Ja ok, stimmt auch. Auge nehmen. Ja, dabei war ja abhängen. Ist die Janische Entfernung. Weiß schon. Bänische? Mhm. Ja. Perfekt. Ja. Perfekt. 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 Pero jemanden? Perfekt. Perfekt. Perfekt, bitte. goat. Bende. Bende es? Ja. Aperfen. Spezial. Okay. Strömkraft. Dabei weiss. Okay. Okay. Ungriff auf. I. Okay. Gewusst. I. 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 bisher verloren? Ich glaub 2,9 oder so, ne? Ja, irgendwie so. Wieso mischst du? Ist doch gleich dein Effekt oder nicht? Nein, ich hab ja keine Hand gerade. Du musst eine abwerfen. Ja, so. Ist ja eigentlich mehr so für Verteidigungsmauer. 2-0. Was ist los mit dir? Schon wieder der Vanities-Loki. Ja, dann GG, ne? Ja, du nur noch deinen Vanities. Und danke für's zugucken. Bis zum nächsten Mal.